Das Denkmal für Friedrich Ludwig Jahn im Senftenberger Schlosspark hat sein Bronzerilief wieder. Unter Federführung von Hans-Peter Rösiger wurde es im Auftrag der Stadt erneuert und am Montag diebstahlsicher angebracht. Zuvor war die Denkmalsäule gereinigt worden. Das Bild von Turnvater Jahn wurde vor knapp einem Jahr von Unbekannten gestohlen. Das neue Motiv entstand nach einem Abdruck eines identischen Bildes aus Dame. Hergestellt wurde die Platte in Berlin von der Bronzegießerei Frank Herweg. Angebracht wurde sie nun auch mit Unterstützung von Steinmetz Michael Merkle und Unternehmer Axel Puschmann.